Liebe Bayern, was hat sich in den letzten Wochen alles beim FC Bayern München getan? Abseits auch des sportlichen, exklusive Bilder, die seht ihr so nur bei uns. Dazu eure Fragen, eine wirklich schöne Sendung, das legendäre Quiz am Ende mit diesen Gästen. Ah, ich freue mich, Braco, Hassan Saliamicic und Claudio Pizarro. Also, unbedingt zuschauen auf telekom-fußball.de. Die Sendung heißt? Mia Sandran. Richtig. Mia Sandran, das FC Bayern-Magazin exklusiv mit der Telekom.